Hallo Leute, Matthias wieder hier aus dem wunderschönen Thailand. Ja, und wie ihr seht, wir sind jetzt da auf der Party von dem Cousin von meiner Frau, der als Mönch geht. Wie gesagt, das ist ein Sohn aus der Familie, sollte das immer machen. Das ist so Tradition hier in Thailand. Und der Ghetto jetzt, ich weiß nicht, das liegt dann an ihm ein paar Tage oder Wochen, je nachdem. Manche bleiben auch länger, aber das ist so. Und da war heute schon die Zeremonie, mit Haareschneiden und so weiter, ja. Und die Mönche waren auch da und jetzt am Abend ist dann die Party. Und morgen geht es dann auch noch mal weiter. Morgen wird er dann in den Tempe begleitet, in den Watt. Ja, es ist ziemlich viel los hier, also große Part. Hier sind insgesamt 50 Tische. So groß habe ich das noch nie erlebt. Wir waren schon an anderen Feiern da. Bloß ein paar Jahre war es halt für Leute kleiner. So, schauen wir uns noch mal kurz hier. Wir legen herum. Ja, man sieht, ist alles die Tische hergerichtet, vom Feinsten. Und das ist die Eilert auch dabei, meine Frau und eine Tante von ihr. Und wir warten jetzt noch auf, ja, auf ihre Schwester. Und dann wird gegessen. Mal kurz hier die Tische zeigen. Sehr schön hergerichtet. So Leute, man sieht jetzt hier von außen die schönen Tische. Das Ganze in Gold, also sehr schön gemacht. Die Gäste kommen noch. Bis jetzt alles erst am Anfang. So, da sind wir jetzt auf der Straße vor seinem Haus. Das ist nicht weit vom Do Home. Sehr schöne Gegend. Ja, da ist meine Frau. Die ist begeistert. Hier ist unser Sohn Kang. Der war bereits schon Mönch. Einmal, bloß nur für ein paar Tage. Als nämlich mein Schwiegervater gestorben ist. Da hat er das auch gemacht. So, bisschen Lärm hier. Weiter noch schliessen. Das ist jetzt so die Nachbarn mit den kleinen Restaurants und so. Wie gesagt, an der Hauptstrasse gelegen. Sehr schöne Gegend. Für mich wäre es allerdings ein bisschen laut. So, also da sieht man das Haus. Das ist das Buffet errichtet. So, da wird jetzt das kalte Buffet zubereitet. Meine Frau schnappt sich schon mal einen Teller, um zu zeigen. Ja, das sind so diese Eier. Ja, nicht unbedingt in meinem Fall. So Leute, jetzt nochmal. So sieht es von vorne aus. Das ist der Junge. Wie gesagt, die meisten Gäste kommen noch. Das sind mehr als 300 glaube ich. Ich weiß gar nicht wie viele Leute da kommen. Aber schon vielleicht. Musik ist natürlich immer ein bisschen lauter. Aber ja. Ja, Leute. Ja, Leute. Das ist bei so einer Feier. So Leute, das ist also die Party hier. Also ich mache jetzt mal aus. Und ja, was soll ich sagen. Euch noch einen schönen Abend. Und bis zum nächsten Mal. Euer Matthias aus dem wunderschönen Thailand. Und tschüss. Aufstehen.